Ich sitze hier heute mit unserem Head of IT, Georg. Hallo Georg. Hallo. Wir unterhalten uns heute endlich einmal über das Thema technisch SEO und zwar richtig. Wie schaut es heute aus? Wie ist es in der Praxis? Und dann zu guter Letzt, was die Zuschauer natürlich extrem taugen wird, beantworten wir Fragen von der Community, je nachdem, wie sich das Ganze zeitlich ausgeht. Wie immer starten wir jetzt nicht gleich mit Hardcore SEO Content, sondern ein bisschen mit, wer ist überhaupt der Georg? Was machst du jetzt aktuell so bei Evergreen Media und wie schaut so ungefähr deine Arbeit aus oder dein Arbeitsalltag? Genau, also was ich mache bei Evergreen Media ist, ich bin, wie du gesagt, Head of Technical SEO. Das heißt, primär kümmere ich mich einfach darum, dass die Webseiten von unseren Kunden einfach aus technischer Sicht selber umgesetzt sind. Das heißt, in dem Bereich fallen auf so Sachen ein, wir machen technische Checks, das heißt, wir suchen Fehler, kommunizieren die an Kunden bzw. an die Agentur von Kunden und betreuen dann einfach wirklich die ganze Umsetzung des Ganzen, dass dann im Endeffekt einfach ein sauberer, den Standard entsprechende Webseiten ausschaut. Genau. Das war früher vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr erzähle, das Ganze, was ich gemacht habe. Mittlerweile sind wir halt ein bisschen gewachsen. Das heißt, jetzt kommen dann mehr Meetings dazu, E-Mails, Kundencourses und dergleichen. Das heißt, wirklich die technische Arbeit wird vielleicht 50% von meiner Zeit noch beanspruchen. Ja, und voll viel Weiterbildung machst du ja mittlerweile, wenn man ganz ehrlich ist. Nervige Videos. Ja, nervige Videos, die, was du nicht machen willst und so weiter. Was ist so das, was du am liebsten machst? Also, Videos sind es nicht, aber sonst das. Genau, die Videos sind es nicht. Was ich am liebsten mache, also das ist vielleicht eher interessant, weil es eigentlich Technik eher nicht mehr ist. Was ich mittlerweile total gerne mache, ist einfach wirklich SEO-Strategie ausarbeiten. Das heißt, einfach an den Kunden anschauen, schauen, woran die Schwächen, Stärken, was kann man nutzen, was sollte man korrigieren. Das dann einfach im Vergleich zur Konkurrenz setzen und dann einfach komplette SEO-Strategie ausarbeiten bis zum Content. Ja, das ist eigentlich das, wo ich mir eh schon in so einen Flow-State reinkriebe und wo ich mich wirklich verlieren kann. Was würdest du dann sagen, wenn wir jetzt über SEO-Strategie sprechen, dass du deinen einen speziellen SEO-Ansatz hast, den du so als Rezept verwendest oder bei jedem Kunden individuell? Und wieso funktionieren deine Projekte einfach so gut, außergewöhnlich gut? Ich würde jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass ich den einen SEO-Ansatz habe. Also, ich probiere weniger jetzt meine Strategie über jeden Kunden drüber zu stülpen und schaue mir eher wirklich jeden Kunden einfach im Detail an. Schaue, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen und arbeite einfach wirklich darauf basierend meinen Ansatz aus. Das heißt, da gibt es eigentlich keine typische Gehe-Aka-Rangehensweise. Was ich vielleicht ein bisschen mache, ist einfach, dass ich schaue, dass ich das Ganze ein bisschen Hypothesen und Experiment getrieben mache. Das heißt, wenn ich was ausarbeite, also zum Beispiel beim Kunden, sagen wir einfach, okay, da ist jetzt meine Theorie, der braucht Backlinks, Backlinks, Backlinks. Dass ich dann einfach wirklich die Backlinks einplane, aber mir auch gleich so kleine Hypothesen setze, einfach, dass ich zum Beispiel davon ausgehe, okay, wenn wir jetzt zehn Backlinks aufbauen, dann soll der Knick nach oben in drei bis vier Monaten kommen und vielleicht einfach daraus basierend die Strategie wieder anpassen. Wobei das natürlich auch, vielleicht andere Agenturen machen es anders, das ist auch bei uns in der Agentur eigentlich Standard. Das heißt, so den SEO-Ansatz gibt es eigentlich nicht. Einfach nur, man hat viel falsch gemacht, durch das macht man jetzt viel richtig. Ja, wir machen, glaube ich, einfach beide SEO schon gut zehn Jahre, also da hat man eh schon alles gesehen, wie es läuft. Genau, ja. So, jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt. Lass uns mit dem Hauptgang starten, und zwar einmal vielleicht eingangs, damit wir alle abholen, was ist überhaupt technische SEO? Haben wir ja intern immer wieder Fragen, sogar von Juniors, hey, ist interne Verlinkung, ist diese technische SEO, oder gehört das nur zum On-Page? Was ist da deine Meinung dazu? Ja, also prinzipiell gibt es natürlich die eindeutigen technischen SEO-Bereiche, also JavaScript, SEO, Performance-Optimierung und dergleichen, da ist es recht eindeutig. Eben, wie du sagst, bei der internen Verlinkung ist es ein bisschen komplizierter. Da würde ich sagen, wenn jetzt irgendwer einfach einen kleinen Bereich von der Website oder gar noch einen Artikel bearbeitet und da die interne Verlinkung optimiert, dann interessiert mich das jetzt aus technischer Sicht eher wenig. Wenn es aber hingegen jetzt wirklich, man macht was Größeres, wirft den kompletten Linkgraf von der Website über den Haufen, in dem man zum Beispiel das Hauptmenü anpasst, dann würde das für mich dann sehr wohl in den technischen Bereich eingefallen und dann würde ich gerne drüber schauen einmal. Ja, 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 ja. Wie gesagt, du hast ein extrem cooles Interview gegeben bei ImpSite, wo du halt so gesagt hast, hey, die großen Paradigmenwechsel bei Google sind vorbei und so weiter. Wie siehst du das jetzt im technischen Bereich? Gibt es ja jetzt riesige Unterschiede zwischen technischer SEO heute und technischer SEO vor zehn Jahren, wo wir so angefangen haben? Mhm. Ich sehe es ehrlich gesagt auch im technischen Bereich genau gleich. Natürlich, es ändern sich jetzt die Details, aber im Endeffekt die grundlegende Arbeit ist die gleiche, als wenn wir jetzt zum Beispiel die Core Web Vitals hernehmen. Jetzt gibt es natürlich die drei neuen wichtigen Messwerte in dem Zusammenhang, die Performance-Metriken. Natürlich optimieren wir jetzt da drauf, aber das heißt jetzt nicht, dass wir vor fünf Jahren nichts gemacht hätten, sondern dann haben wir einfach nur auf andere Messwerte hin optimiert. Das heißt, im Endeffekt der Arbeitsbereich ist der gleiche, es gibt einfach nur andere kleine Details. Was sich vielleicht geändert hat, was eben interessant ist oder für mich total praktisch ist, dass Google mittlerweile ein bisschen klarer kommuniziert. Das heißt, man weiß oft, was ist richtig, was ist falsch. Früher war das eher einfach, dass wir es uns selber herleiten haben müssen. Genau, das sind eher Details. Im Großen und Ganzen ist die gleiche Arbeit wie vor fünf bis zehn Jahren. Das finde ich auch, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass eigentlich Google voll klar kommuniziert im Bereich der Technik. In allen anderen Bereichen ist es so schlecht und schwammig wie eh und je, aber da sind es viel besser geworden und wenn man sich die Dokus durchlässt, ist es der Wahnsinn. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemanden fragt, technische SEO als Bereich, für welche Art von Websites siehst du das jetzt als, wie gesagt, ist es für keine Website unwichtig oder irrelevant, aber für welche Seiten ist es typischerweise am wichtigsten? Ja, für mich ist es, das hängt einfach mit der Größe der Website zusammen, also grösser einfach Anzahl an URLs. Also wenn jetzt zum Beispiel, wer neu startet, er verwendet nichts Spezielles, also kein Custom CMS, er verwendet nicht irgendein schräges JavaScript-Frameworks, sondern einfach nur WordPress mit Yoast und einem guten Host, dann kann der ruhig mal 50 bis 100 Artikel veröffentlichen, und da wird die technische SEO jetzt nicht der Hebel sein. Wenn man dann 500 bis 1000 URLs hat, dann wird einfach der Hebel, den du hast, wenn du technisch was optimiert, einfach grösser. Ja, weil es halt die ganze Seite betrifft. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist es halt voll spannend, wenn du richtig gross wirst, wie riesige Shops oder Plattformen, dann wäre es halt richtig cool, was du mit… Genau, da ist es dann wirklich, wo du im Endeffekt kleine Veränderungen machst und wo das einfach richtig, richtig grossen Impact hat. Also umso grösser der OL-Korpus wird, umso wichtiger wird die technische SEO, so kann man es rein theoretisch sagen. Ja. Was sind jetzt so, weil du hast ja über die Jahre, ich muss fast so sagen, alles gesehen, was sind so die technischen Fehler, was du am häufigsten siehst? Und ja. Ja, das ist witzig, weil das ist eigentlich, also wenn wir jetzt gerade von den häufigsten Fehler reden, das sind immer noch die gleichen. Interne Links auf 404-Fehler-Seiten, interne Links, die Weiterleitungen triggern und dergleichen. Das heißt, die Standardfehler sind seit zehn Jahren die gleichen. Ja. Boah, da haben wir schon Projekte gehabt mit acht Sprünge bei Weiterleitungen. Ich denke da gerade an eine staatliche Website, wo das so schlimm war, oh mein Gott. Da haben wir eigentlich voll schön den Stand der Dinge im Bereich der technischen SEO definiert, wie schaut das heute alles aus. Ich würde gerne ein bisschen so in die Praxis eintauchen und einfach die große Frage im SEO beantworten, dem, was meiner Meinung nach voll schlecht mit Inhalten abgedeckt ist. Wie gesagt, am Wissen scheitert es meiner Meinung nach seltenst, weil du kannst dir ein Buch kaufen, wie gesagt, die Kunst des SEO oder irgend sowas und dann hast du das ganze Wissen. Das Problem ist immer die Priorisierung. Was mache ich wann? Weil letzten Endes, niemand hat unendlich Zeit, es ist immer alles beschränkt. Es ist mit Budgets beschränkt und da ist meine Frage, wie priorisierst du jetzt technische SEO-Fixes, wo es ja darum geht, du hast ein Budget, du hast eine bestimmte Zeit und der Kunde hat ja natürlich auch gewisse Ressourcen. Ja. Eigentlich total simpel. Also wir machen natürlich unsere technischen Checks, das heißt da schauen wir, welche Fehler gibt es prinzipiell. Die sortieren wir dann einfach nach Impact, also das ist einfach ein bisschen Erfahrung, Intuition und dergleichen und dann im letzten Schritt schauen wir uns einfach an, wie leicht lässt sich das für den Kunden beheben und schlussendlich werden wir natürlich einfach primär, dass die andererseits so richtig, richtig hohen Impact haben und vielleicht gleichzeitig auch gar nicht so kompliziert zu beheben sind. Ja. Genau, also das ist im Endeffekt keine Hexerei, das Ganze. Ich glaube, dass man es auch nicht zu kompliziert machen darf, also so schreiben wir es vor, gut, da gibt es eh da Algorithms to Live By, ist voll ein gutes Buch und da sagen sie auch zum Beispiel, dass du aufpassen musst, dass du nicht so lange sortierst, dass das Sortieren länger dauert, das wäre voll ein cooles Mindset übrigens, das Buch ist extrem cool. Wir haben das eh schon ein bisschen besprochen, so mit URL-Korpus und so weiter, wie siehst du das generell, also wie wichtig ist jetzt ein sauberer, mit sauberen URL-Korpus, ich meine jetzt, dass da wirklich nur Seiten sind, die eine halbwegs gute Qualität haben und wo es sinnvoll ist, dass die indexiert werden, wie siehst du das so aufgeteilt, die Bedeutung, wenn man so sagt, so eine normale Firmenwebseite, sagen wir mal 100 URLs bis 300 URLs, einen Shop, der was tausende Produkte hat oder eine Plattform. Ehrlich gesagt, für mich ist das immer eines der Lieblingsthemen, also URLs löschen, es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht. Und wir haben das ja auch intern oft gesehen, also vielleicht, wie das vielleicht unseren SEO-Managern immer erklärst, überlegt es euch einfach, hat die URL als SEO-Sichtssinn, hat die URL als Nutzersichtssinn oder macht die URL einfach für den Kunden jetzt in dem Fall als Business-Sichtssinn, das heißt vielleicht als Marketing-Seite oder einfach ein Produkt, das es unbedingt verkaufen will. Wenn die drei Fragen mit Nein beantwortet sind, dann einfach sofort weg mit der Seite. Ja. Und da haben wir eben oft schon die Erfahrung gemacht, dass man wirklich teilweise Seiten halbieren kann und dass es dann wirklich mit der Sichtbarkeit sofort nach oben geht. Ja. Also das ist für mich eines der Lieblingsthemen und ist meiner Meinung nach eines der Sache, wenn wir gerade jetzt wieder vor der Priorisierung sind, mit dem höchsten Impact. Also super leicht umzusetzen, Seiten löschen kann jeder und der Impact ist auch da. Und das Lustige ist ja, es ist ja nicht mal nur so, dass es bei Shops voll effektiv ist oder nur bei Plattformen, sondern wir haben jetzt, ich denke jetzt aus einem anderen Innsbrucker Kunden von uns, wo es ja auch so war, da haben wir einfach unglaublich viel von ihrem Content gelöscht. Was die da war, Content halt an der Zielgruppe vorbei und das hat es voll ausgezahlt und es ist voll nach oben gegangen. Ja, das ist voll spannend. Jetzt ein Thema, was unvorstellbar gehypt worden ist und wo ich ja deine Meinung prinzipiell dazu erkenne und wir da eh, glaube ich. Aber welche Bedeutung haben deiner Meinung nach die heiß geliebten Core Web Vitals aktuell aus Rankings? Ja, anhand von dem Intro, wenn die Schauer wahrscheinlich schon erkennen, dass wir da jetzt nicht so im Hype direkt drinnen sind. Ja. Ich sehe es eigentlich auch wieder recht nüchtern, also da kann man auch wieder an das ganze Priorisierung anknüpfen. Ja, natürlich, die Core Web Vitals einen SEO-Faktor, Performance generell ist ein SEO-Faktor. Aber es ist einfach oft so, dass wenn wir jetzt einen technischen Check machen, dass die recht weit hinten kommen, einfach vom Impact. Das heißt natürlich, ignorieren wir Performance nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht überzeugt, wie es derzeit immer ein bisschen in der SEO-Faktor ist, dass sich jeder an dem einen Faktor aufhängt, weil es gibt einfach wichtige Sachen. Also zum Beispiel, wenn wir es jetzt mit dem Oil-Corpus vergleichen, hätte lieber weniger Oils, wie dass der Core Web Vitals jetzt so viel besser ist. Kann sich natürlich drehen. Google ändert immer wieder was, das heißt, es kann wichtiger werden. Derzeit bereitet es mir keine schlaflosen Nächte, wenn jetzt ein Kunde die drei Monate später optimiert, wie wir das in Auftrag geben. Ja, ich glaube auch die durchschnittliche URL-Qualität ist voll wichtig. Genau. Und es ist halt einfach, Google würde immer noch die bessere Seite ranken. Also nur weil… Also natürlich, wenn die Seite… Ja, genau. Also wichtig ist der Content, wichtig ist der Inhalt, wichtig ist, dass der Nutzer glücklich wird, nur weil jetzt die schlechte Seite vielleicht in einer halben Zeit ladet. Das bringt den Nutzer nichts, bringt Google nichts. Da gibt es vom Split-Taster, glaube ich, da gibt es so eine Aussage, wo er sagt, wenn jetzt zwei URLs total gleich sein, der Content ist gleich, die Autoritätssignale sind gleich, dann kann das ein Ding sein, wo sie jetzt sagen, oder du bist jetzt unglaublich, was dir die Seite ladet halt 30 Sekunden, oder lass dich auf dem Mobile gar nicht öffnen. Genau. Aber… Ja. Aber wir müssen zum nächsten Thema, weil du diese Dev vom Kunden liest, dann kriegst ich es nicht mehr durch. Dann weint er. Ehm, eh perfekt mit dem Dev. Was ja voll oft, oder was bei kleineren Firmen voll oft ist, was sollte man eigentlich machen, wenn man jetzt, das kann ja immer passieren, weil man das falsche CMS gewählt hat oder einfach die Situation hat, was sollte man machen, wenn man keinen Dev zur Seite hat? Genau, also wenn du das falsche CMS gewählt hast, dann hast du leider schon ein Problem. Also wenn du jetzt wirklich keine Unterstützung vom Programmierer hast, dann würde ich immer empfehlen, das Ganze so simpel wie möglich anzugehen. Das heißt, verwende einfach ein gutes CMS, das heißt, dann würde ich eher die etabliert nehmen, vielleicht nicht das in neuestem Scheiß, wenn wir es jetzt auf gut Deutsch sagen, sondern eher etwas etabliertes. Also z.B. Wordpress, schau, dass du vielleicht einen guten Host hast, einfach, dass die Performance grundsätzlich passt. Verwende eher ein simples Theme und installiere einfach standardmäßig Yoast. Das heißt, mach einfach nichts wahnsinnig Spektakulärs, dann würde es normalerweise keine großen Probleme geben und dann würde eher die Seite wachsen und wenn man wirklich dann das Geld hat, genug gewachsen ist, dann kann man es komplizierter machen und den Dev mit reinnehmen. Also einfach keep it simple. Jaja, auf jeden Fall. Und jetzt glaube ich, was die Zuschauer jetzt volltaugt, der Georg, du weißt jetzt ein paar von unseren Fragen beantworten von der Community, die sich über die Monate zusammengestapelt haben, weil es vielleicht voll wichtig ist. Ich bin jetzt da, das merkt man glaube ich auch nicht der Experte für das Gebiet, deswegen musst du die Fragen auch beantworten. Wie siehst du das Thema mit den nicht so vorzichtbaren Inhalten? Also zum Beispiel, wenn Content in einem Tab ist oder in Akkodeon und so weiter. Wenn du mit einem Kunden redest, was empfiehlst du denn? Ja, für mich gibt es einfach die zwei Varianten. Also sollte der primäre Inhalt der Website in den Tab versteckt sein oder halt richtig viel von primärem Inhalt. Also einfach der Content, der wichtig ist für die Rankings oder einfach mehr wie 50% von Content. Da bin ich absolut dagegen. Das heißt, dann würde ich sagen, holst du den Content einfach raus. Wenn es auch einfach nur so ist, wie irgendwelche FAQs am Ende vom Dokument oder irgendwelche sonstigen Zusatzinformationen, die jetzt wahrscheinlich nicht kritisch sind fürs Ranking, da stresst mich jetzt Tabs und Akkordeons überhaupt nicht. Das heißt, wichtiger Content soll sofort sichtbar sein, dann passt das schon. Und ist übrigens auch aus Nutzer-Sicht sinnvoll. Und wir haben ja auch die Erfahrung. Also letzten Endes ist es ja nicht, dass das Gelaber ist, weil das ist eben ein Thema, was dann voll heiß diskutiert. Aber letzten Endes immer, wenn wir einem Kunden das empfohlen haben und der hat das umgesetzt, dann hat es dann Sachen Uplift gegeben. Weil sie machen es ja sogar bei Shops, dann haben sie wieder so komische, dass das dann so durchsichtig wird und so weiter. Nein. Nein, nein, nein. Lass das sein. Ich weiß nicht, ob das ganz deine Frage ist, aber ich frage dich trotzdem. Weißt du eben, ob Google Stock-Bilder anders rankt als jetzt einzigartige Bilder? Und wie stark sich dieser Faktor auswirkt? Da würde ich sagen, anders ranken. Was ich mir da einfach überlegen würde, ist, wenn es jetzt primär einfach darum geht, wie rankt die Seite, auf der das Bild eingebunden ist, da würde es für mich keinen Unterschied machen. Also quasi es geht um die normale Google-Suche. Da macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob du ein Stock-Bild verwendest oder ein einzigartiges Bild. Vielleicht für einen User aber. Ja. Ja. Beziehungsweise der Unterschied ist einfach so gering, dass es gerade nicht schon wurscht ist. Wenn du aber natürlich Traffic über die Google-Bildersuche generieren möchtest, dann, also wenn du ein super starker Domain bist, dann kannst du das eventuell mit dem Stock-Foto leisten. Weil dann bist du das Original. Ja, genau. Dann nimmt die Google. Aber sonst würde ich in dem Fall auf alle Fälle auf einzigartige Bilder setzen. Und aus Usersicht ist es wahrscheinlich immer besser. Genau. Und aus Brandingsicht ist es immer besser, einzigartiges Bildmaterial zu nehmen. Genau. Das auf alle Fälle. Jetzt zu einer ultimativ klassischen technischen SEO-Frage und zwar, wie setzt man Paginierung bei einem Online-Shop jetzt wirklich SEO-freundlich um? Und natürlich ganz wichtig, wir wollen eine richtige Pauschalantwort, die auf jeden Fall zutrifft, in was es überhaupt gibt. Ja, wie das eh anleitest, allgemeingültige Aussagen gibt es da leider nicht. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Das heißt, dass ich wirklich etwas hundertprozentig Fixes sagen kann. In dem Fall bereichst du die Seite. Was ich jedem empfehlen würde, ist aber einfach, das so simpel wie möglich zu gestalten. Das heißt, wenn man nicht genau weiß, was man macht aus technischer SEO-Sicht, auf keinen Fall etwas Komplexes, zum Beispiel Infinite Scrolling oder sowas verwenden. Sondern einfach eine ganz normale Paginierung. 20 Produkte pro Seite. Paginierung realisiert über HTML-Links, gerade JavaScript. Zeig's. Und das läuft schon. Also da, natürlich, vielleicht für den Nutzer gibt's was Besseres. Aber das ist dann wirklich nur Optimierung im kleinen Prozentbereich. Normalerweise passt das. Ja. Also ich würde es einfach simpel halten. Ich glaube, dass viele super verwirrt sind, weil die ganzen Großen, wie Zalando, die machen immer irgendwelche Hacks und so weiter. Und teilweise weiß man gar nicht, ob einer das tatsächlich was bringt oder ist es ein Experiment oder keine Ahnung was. Da ist es immer voll wichtig, vielleicht wenn ich da eine hänge. Weil das kriegen wir von Kunden hin und wieder. Ja. Die experimentieren die ganze Zeit. Das heißt, wenn du da wirklich mal die Seite anschaust und die sind in irgendeinem schrägen SEO-Experiment drinnen. Und du kopierst das Ganze. Ja. Dann kannst du eines der Oden dich ins Knie schiessen. Das heißt, bei den Großen würde ich auch über Monate schauen, was machen sie wirklich und erst anpassen, wenn sie vielleicht wirklich ein Jahr lang das Gleiche machen. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Und jetzt für die nächste Frage muss ich leider meinen Zettel nehmen, weil die Frage ist einfach so umfangreich. Vielleicht muss ich sie auch zweimal vorlesen. Es geht um die Meldung, Duplikat, eingereichte URL nicht als kanonisch festgelegt, also aus der Google Search Console. Dabei handelt es sich um die deutsche Version der Startseite. Obwohl sie in der Sitemap als kanonisch ausgewiesen ist, wählt Google lieber die nicht kanonisierte Seite example.shop aus. Ich kann einfach nicht einfach eine Weiterleitung von example.shop auf example.shop.de machen, weil man dann ja nie auf die example.shop.de kommt. Und einfach so die Frage, ist das grundsätzlich überhaupt ein Problem? Und wenn ja, wie sollte ich dieses Problem lösen? Vielleicht grundsätzlich zu dem Fehler, also ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Also der Fehler, den was Google jetzt da in der Search Console angibt, prinzipiell stresst er mich nicht so wahnsinnig, weil das heißt einfach, Google hat sich einen anderen Canonical ausgesucht. Ja. Wenn sich das nicht kreiz und quer durch die Seite zieht, dann ist das einfach ein kleines Problem, aber das wird sich jetzt nicht gross auswirken. In dem Fall betrifft es die Startseiten, das heißt, das wäre mir dann doch ein bisschen wichtig. Und ich sehe da zwei Lösungswege. Also Variante eins wäre einfach, ich verzichte auf das URL-Schema mit slash.de und setze einfach von slash.de in Canonical auf die normale Startseite ohne Unterverzeichnis. Das heißt, wenn Google sowieso das will, dann kommuniziere ich das einfach so an Google und gib Google, was es will. Das funktioniert erfahrungsgemäß immer richtig gut. Und wenn es jetzt unbedingt wichtig ist, dass das einfach auf slash.de sein soll, dann wird wahrscheinlich nichts anderes nutzen mit 301-Weiterleitung von der Startseite ohne Subdirectory auf die. Dann kriegt man es hin. Als seelsicher werden wir jetzt die erste Variante lieber, weil die ist einfach komplett risikofrei. Die zweite ist immer, Weiterleitung ist immer ein bisschen Bauchweh dabei. Passt aber auch. Ja, und vielleicht noch zu sagen für alle, die solche Probleme haben. Canonicals sind nur Richtlinien und sind keine Regeln für Google. Und Google, wenn man das zum Beispiel sieht, in dem Fall ist es eh klassisch, die normale Startseite ohne slash.de hat natürlich mehr Signale, dass das die richtige ist und deswegen passiert das Ganze. Genau. Da eben, wenn es oft passiert, einfach meine Empfehlung ist, nicht gegen Google arbeiten, sondern dann eher Google entgegenkommen, einfach, dass man eindeutige Signale sendet, die Google dann auch haben will. Das funktioniert oft gut. Und dass man herausfindet, wieso Google das überhaupt zu sieht. Und meistens, seien wir ehrlich, hat dann Google schon recht mit dem, wie sie es sehen. Also das ist so ein Fall, wo ich wieder denke, so gegen Google. Ich will das jetzt nicht so, wie Google sich das denkt, obwohl es richtig ist. Genau. Also da würde ich mir auf keinen Fall, und ich kenne es ja selber auch, also oft, man baut sich was ein, man will, dass es unbedingt genau so funktioniert, wie man es haben will. Da ist aber echt so, da würde ich mir jetzt nicht groß im OL-Schema aufhängen und einfach die normale Startseite zur deutschen Startseite machen. Fertig. Genau. Was dann halt wichtig ist, klingt nach einem mehrsprachigen Projekt. Wenn man den Canonical anpasst, dann natürlich auch die HF Langtex gleich mit anpassen. Genau. Vielleicht ein bisschen aus Ausklang. Wie gesagt, du machst jetzt SEO auch schon zehn Jahre plus, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Was liest du aktuell für Blogs, beziehungsweise was würdest du sagen, ich weiß, dass du jetzt nicht voll SEO-Blogs liest und so weiter, aber was würdest du sagen, was du verwendest, um die weiterzubilden, vielleicht auch Bilder, einfach Informationsquellen? Genau. Also wenn wir jetzt spezifisch Weiterbildung und SEO nehmen, da muss ich sagen, ich lese mittlerweile recht wenig Blogs. Einfach, du kennst sicher gleich, wenn man es zehn Jahre gemacht hat, dann, keine Ahnung, wenn im Blog 20 Artikel veröffentlicht, dann ist vielleicht nur einer wirklich interessant und den Rest hat man einfach schon hundertmal selber gemacht. Das heißt, da ist einfach das Verhältnis zu was ist interessant und was interessiert mich nicht mehr gegeben. Das heißt, da warte ich einfach bis was über Twitter oder Empfehlungen innerhalb der Firma zu mir durchdringt und lesen wir es dann durch. Genau, vielleicht allgemein Blog-Empfehlungen kann ich aber blind5yearold geben. Ich glaube, er hat zwar seit Jahren nichts mehr veröffentlicht, aber er hat richtig gute Sachen geschrieben. Der war zwischendurch auch krank und so weiter, aber der Blog ist genial. Der Blog ist genial. Also da sind wirklich versteckte Perlen drinnen. Genau und sonst jetzt eben Weiterbildung. Also ich lese viel, aber da jetzt nicht unbedingt SEO-Sachen. Das heißt, einfach normale Business-Bücher, Biografien, Geschichten. Ähm, die gleichen Themen über Podcasts. Das heißt, da gibt es SEO-mäßig jetzt leider nichts wirklich Relevanz. Ja, das passt gut. Genau. Voll cool war es. Das hat richtig Spass gemacht. Und einfach mal endlich ein technisches SEO-Thema, weil es werde ja ein bisschen vernachlässigt. Das hast du eh schon angemerkt. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020